Hallöchen Leute und damit herzlich willkommen zurück zur Spyro Reignited Trilogy, dem ersten Teil. Wir haben im letzten Part die dritte Welt erreicht, die Welt der magischen Künstler und haben diese auch schon zu 100% abgeschlossen. Ja, so sieht's aus. Und deswegen können wir heute weitermachen mit den Unterbereichen von dieser Welt, wie zum Beispiel den Alpenkamm. Was ich jetzt aber zuvor überprüfe ist, gibt es da in dieser Welt einen Fähigkeitenpunkt? Ich sehe keinen. Und dementsprechend können wir da auch einfach rein, ohne groß drüber nachzudenken, was wir denn da zu tun haben in dieser Welt. Da kommen die 300, die wir im letzten Part gesammelt haben auf unser Konto. Die treuen Edelsteine. Und dann mal gucken, ob sich heute wieder zwei Welten ausgehen. Eine Winterwelt haben wir vor uns. Eine Winterwelt. Ich muss irgendwie die Ladescreens interessanter machen. Ist das denn jetzt auch eine Winterwelt? Ich meine, nach so einem Ladescreen Spyro kannst du gerne ein bisschen schneller landen, aber gut, dann... Tricks halt, gib halt noch ein bisschen an vor den Zuschauern. Ist eine Winterwelt. Aber nicht ganz. Ich würde sagen, es ist doch eine Winterwolkenwelt. Hi, Mammut. Jetzt mach ich gegen dich. Okay, dich kann ich mit einem Flammenatem töten. Im Gegensatz zu dir. Dich kann ich nämlich nur mit Anlauf töten, denn du hast eine Ritterrüstung an, beziehungsweise hast du eine Ritterrüstung zurechtgelegt. Oh, der wollte gerade irgendeine Stammattacke auf mich machen. Und da ist auch schon einer dieser magischen Künstler. Clowns, der hier den Block die ganze Zeit von links nach rechts bewegt. Lass ihn ruhig machen. Soll er das machen, wenn es ihn irgendwie glücklich macht? Mein Helfen tut es ihm nicht. Jedenfalls jetzt noch nicht. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall noch einiges zu tun mit denen, die wir hier schon sehen. Die geben nicht so schnell auf, uns hier von Erfolg fernzuhalten. Leider hält deren Magie auch nicht ewig. Das bedeutet, früher oder später kann ich dann auch die Treppe nach oben klettern. Und dann ergreift er die Flucht. Wie ein Angsthase. Oder was für ein Angsthase. Eine ganze Menge Edelsteine hier gemacht. Die eigentlich absolut nicht wichtig sind, weil wir brauchen für die nächste Welt, um in die nächste Welt zu reisen, Dracheneier. Und wir könnten eigentlich schon weiter reisen, aber ihr kennt mich. Wir sammeln die 100% und dementsprechend sind wir gerade ja auch noch hier. Weil wir noch eine ganze Menge Unterbereiche zu erkunden haben. Bin gerade wieder in der Aufnahmesession. Das bedeutet, keine Ahnung, ob ich in der letzten Welt was verpasst habe. Das habt ihr mir hoffentlich in die Kommentare geschrieben. Oh, Spyro. Du hast doch keine Angst vor diesen großen, lauten, schrecklichen Bestien, oder? Natürlich nicht. Oh, gut. Das dachte ich auch nicht. Dann kann ich in der nächsten Aufnahmesession, nicht im nächsten Part, weil ich glaube, den nächsten Part werde ich heute noch aufnehmen. Kann ich dann darauf eingehen, sollte ich irgendwas verpasst haben. Vielleicht komme ich auch selbst drauf. Vielleicht beende ich das Spiel heute. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir haben ja gerade mal erst 38%. Da kommt noch einiges auf uns zu. Aber es ist schön, dass das Spiel einen Prozent-Counter hat. Weil so weiß man dann immerhin, wenn man die 100% erreicht hat. Das finde ich immer sehr, sehr schön in Spielen. Wie zum Beispiel auch in dem neuen Kirby Super Clash. Wo es diese 900 Kronen zu sammeln gibt. Wenn du die hast, dann kannst du auf jeden Fall von dir behaupten, dass du ein krasser Kirby-Zocker bist. Dann kann ich bitte aufhören, diese Gegner versuchen zu wollen, mit einem Flammenatem zu töten. Das funktioniert nicht, Ultra, wie du sehen kannst. Aber hier ist immer eine große Anzahl an Edelsteinen. Das finde ich erstaunlich. Die Gegner droppen immer einen Fünfer. In den Kisten ist immer ein Fünfer oder sogar ein Zehner drin. Die Zahl geht schnell hoch. Nicht wahr, Eldrid? Hatten wir den Namen nicht schon mal? Danke, dass du mich befreit hast. Die Sprüche werden auch immer weniger. Immer weniger haben die Drachen für uns zu sagen. Denn mittlerweile kennen wir das alles. Vielleicht haben die Entwickler ja auch mittlerweile ein paar Sprüche rausgestrichen aus der Switch-Version. Ich weiß es nicht. Vielleicht ging sich das nicht aus auf der Cartridge. Und dann mussten die ein paar Sprüche kürzen. Keine Ahnung. Äh! Ja, das kam auf jeden Fall überraschend. Glückwunsch! Das hat mich überrascht. Kann man nicht von allem behaupten. Jetzt habe ich... Ah, okay, ich habe noch Sparks. Okay, ich hatte schon Angst, dass wir Sparks wieder verloren haben. Da geht es rein. Eine Schatzkammer oder so. Okay. Bewacht von Bestien! Äh! Hi! Steht der einfach da ums Eck? Aber man... Ja, hier liegt richtig viel Geld rum. Da kommen wir sogar über die 300 Gems hinaus. Ja, ich beschwere mich nicht, ne? Wir kommen immer näher den 100% dadurch. Insgesamt gibt es ja, glaube ich, 11.000 Gems. Da kommen wir mit 400 pro Level. Auf jeden Fall weiter als mit 300. Gut gemacht, Spyro. Wenn du so weitermachst, kennst du bald alle Tricks der Welt der magischen Künstler. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich meine, wir haben gerade erst angefangen mit der Welt. Aber danke für die aufmunternden Worte. Vielen Dank. Wir haben noch immer nicht alle Drachen gefunden. Da wird es wieder zurück zum Start gehen. Da wollen wir aber nicht hin. Denn wie ich sehe, habe ich da hinten noch einen ganz großen Bereich übersehen. Den wollen wir natürlich auch noch erkunden. Dann dürften hoffentlich... Äh! Ich bin aber auch, ne? Ich bin eine Hohlbirne. Ich renne auf den zu. Mit dem Hintergedanken. Ultra. Mach... Mach kein Feueratm. Mach einen... Mach einen Renner. Was mache ich? Mach einen Rennangliff. Ich bin intelligent. Ist jetzt offiziell draußen, ja? Jetzt weiß jeder, dass ich intelligent bin. Okay. Ja, irgendwas haben wir übersehen. Vielleicht da unten diesen Seerosenkreis. Da könnte ein Krog zu finden sein. Falsches Spiel. Guck da drüben. Auf den Säulen. Wie kommt man denn da hin? Und da höre ich auch, glaube ich, einen Kollegen mit einem Ei. Der hier... sich schlapp lacht. Das ist eine gute Frage, wie man da hinkommt. Ich meine, wir können bestimmt von hier oben losfliegen. Die Frage ist, ob das richtig ist. Ich versuche mal, den Eingang da zu treffen. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Sehr schön. Dann haben wir hier sogar einen Drachen. Das dürfte auch der Letzte sein. Der Kelbin. Denkt dran. Die blauen Diebe haben auch außerhalb der Welt der magischen Künstler Eier gestohlen. Keine Sorge. Ich kümmere mich um sie. Ja, das war der Letzte. Und da haben wir noch ein Ei. Müssen sie ja jetzt sowieso ein paar mehr Eier verstecken. Immerhin braucht man die ja, um weiterzukommen. in die nächste Welt. Bin gespannt, wann wir da alle haben. Immerhin gibt es davon ja nur 16. Oder? Ups, das wollte ich nicht. Wird nicht wirklich angezeigt. Na gut. Wie viele es davon gesamt gibt. Oder? Wurde das gerade irgendwie oben? Nee, wurde nicht. Da wird nur die gesamte Anzahl an Gems angezeigt. Und davon gibt es 12.000. Und wir haben gerade mal 3.000. 3.000. Das ist, ähm... ein Drittel. Nee, ein Viertel. Na, ein Viertel. Ich glaube, nach dem Level haben wir dann ein Drittel. Der ist aber schnell drauf. Bleib stehen. Ich muss die Kurve ein bisschen schnittiger nehmen. Wenn ich den aufhole. Das ist auch leichter gesagt als getan. Aber... Geschnappt ist geschnappt. Sehr schön. Damit haben wir 8 Eier. Ja. Die Hälfte, glaube ich. Würde ich sagen. Ich renne nochmal eine Runde. Um zu gucken, ob ich hier eh nix übersehen habe. Und um zu gucken, ob ich vielleicht von hier oben... ...ne bessere Ausgangsmöglichkeit habe, auf diesen Plattformen zu landen. Aber nein, habe ich nicht wirklich. Na dann... Drückt mir die Daumen, dass es nicht abwärts geht. Okay. Äh! So viel dazu. Das ging schnell schief. Viel zu schnell für meinen Geschmack. Spawn ich wenigstens wieder beim Drachen. Den wir hier aktiviert haben. Ja, spawn ich. Dankeschön. Okay, wie mache ich das? Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich muss, glaube ich, zurück. Ich glaube... Ja, der ist super gelandet. Okay, aber Sparks holt ihn hier. Oh, ist das ekelhaft hier. Ist das ekelhaft. Das sind noch nicht mal die letzten. Hier ist zwar ein Zehner wieder drin. Aber mir fehlen danach immer noch welche. Ja. 500 Stück gibt es also hier. Ja. Dann habe ich ja noch einen riesigen Bereich übersehen. Sparks sagt auch, ich soll zurück. Okay. Ja, dann werden wir wohl zurückgehen. Hilft ja alles nix, ne? Dann gehen wir halt alles nochmal von vorne durch. Wenn Sparks mir auch schon sagt, dass es hier nix mehr zu finden gibt. Sparks wird wohl hoffentlich nicht lügen. Einmal hier rüber zum Anfang. Okay, Sparks. Wo geht's lang? Hier rüber. Vielleicht sind es auch nur zwei 25er. Ne, da hinten sehe ich noch ein paar rote Einzelne. Ja, okay. Wo bin ich denn an denen vorbeigerannt? Da ist noch ein ganzer Haufen. Da muss ich, glaube ich, rüberfliegen. Da sind auch noch richtig viele Gegner. Aber wie? Irgendwie kam man hoch auf die Mauer. Genau. Ich meine, die Mauer ist auf jeden Fall eine erhöhte Position. Wir probieren es mal. Vielleicht ist es blöd. Ne. Geht sich aus. Wunderbar. Dann schnappe ich mir dich. Dann schnappe ich mir dich. Die gehen eigentlich viel zu schnell drauf dafür, dass das so krass aussehende Gegner sind. Das ist ein Flammenatem und dann sind die weg. Hier, guckt die euch an. Die sind viel zu krass, sehen die aus. Dafür, dass die mit einem Flammenatem sterben. Aber okay. Ich will mich nicht über die Physik aufregen. Wir spielen ja immerhin hier ein Videospiel. Na gut. Hier gibt's nichts mehr. Gehen wir weiter. Sehr schön. Und da ist mein letzter Zehner drin. Yes. 100% Komplett. So. Hat aber auch gedauert. Das muss man dazu sagen. Wir sind jetzt hier 14 Minuten dabei. Wir sind noch immer nicht fertig, weil ihr kennt mich. Ich will das Level auf reguläre Weise beenden. Ich meine, man könnte jetzt auch einfach rausgehen. Aber nein, wir nehmen den Standardausgang aus dem Level. Wir nehmen zum Glück eh flott wieder hierher. Einfach damit wir die allemal gegangen sind. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Und wenn wir noch 200 finden, dann haben wir ein Drittel. Wenn wir also noch schnell ein Level spielen und das auch hinbekommen, das Level recht schnell, dann dürfte sich eines noch genau ausgehen in dem Video. Das hat nämlich jetzt genau die Hälfte der Partzeit weggenommen. Die Frage ist, welches nehmen wir? Ich glaube, hier oben gab es eines. Genau. Die luftigen Höhen. Höhlen. War das das Fluglevel? Boah, da habe ich gar keinen Bock drauf eigentlich gerade. Wenn das wirklich das Fluglevel ist. Die Fluglevel sind so schwierig in dem Spiel. Für meinen Geschmack. Ist auf jeden Fall das kniffligste, die Fluglevel hinzukriegen. Na dann, nee. Ist tatsächlich kein Fluglevel. Klang wie ein Fluglevel? Ist aber keins. Sehr schön. Na dann, hoffentlich ist es aber auch kein extrem langes Level. Denn, wie gesagt, wir haben nur noch 15 Minuten. Und die Karte, die deutet leider auf ein sehr, sehr langes Level hin, wenn ich das mal so sagen darf. Uh, das gefällt mir nicht. Muss ich jetzt eigentlich einen auf Speedrun machen? Das funktioniert aber nicht, weil ich spiele dieses Spiel blind. Das erste Mal. Ich komme ja auch privat nicht zum Zocken. Deswegen kann ich privat nicht weiter zocken. Autsch, das tat weh. Autsch, das tat weh. Oh, das tat auch weh. Jetzt bitte aufhören damit. Mir hier irgendwie einen blöden Wind entgegen zu schießen. Das mag ich nicht. Cyrus, hast du einen Tipp für uns? Hier aus Octopath Traveler. Bitte unternehme etwas gegen die grünen Druiden. Die müssen immer alles verschieben. Okay, also die Kollegen da drüben. Die sich hier ihren Spaß machen mit den Plattformen. Da lag noch ein Zehner. Interessant. Aber, ich glaube, wir sollten zuerst den anderen Weg lang gehen. Hier gab es ja noch einen zweiten Weg. Und abgesehen davon gibt es hier auch noch einen Weg. Richtig viele Wege hier. Ähm. Ich glaube nämlich, dass der Weg da drüben dann optional ist. Vielleicht ein Drache oder so. Nach einem extrem langen und schweren Weg. Äh. Wie du überlebst das? Wie du überlebst das? Kann ich dich töten? Vielleicht ist das ein Gegner, den man nur töten kann mit... Äh. Ich bin ja schon weg. Ich bin nämlich jetzt gestorben. Und ich habe keinen Bock aufs Sterben. Vielleicht ist das nur ein Gegner, den man mit dem Supersprint töten kann. Das kann ich mir vorstellen. Äh. Bin ja schon weg. Bin ja schon weg. Der sieht mich auch nur, wenn ich unten bin. Das ist witzig. Bin ja schon weg. Mit dem ist nicht zu spaßen. Hi. Ausgetrickst. Und jetzt. Auf geht's. Wurde schnell sein. Puh. Bin ich irgendwie an einer unsichtbaren Wand hängen geblieben. Da werde ich nicht alle Gems mitnehmen können. Das wird nicht funktionieren. Oder? Alter Babo. Die nerven mich echt. Wenn ich groß und stark bin wie du, mache ich sie alle platt. Merk dir bis dahin, dass die Superladung dich unbesiegbar macht. Ich glaube, das war ein dezenter Tipp, dass ich das gegen die Spinnviecher einsetzen soll. Na, dann machen wir das doch gleich mal. Ich meine, hier ist doch eh direkt ein Weg, bei dem ich mir die Superladung holen kann. Auf geht's. Einmal gegen dich. Ich glaube, drei gab's. Einmal gegen dich und einmal gegen die Säule. Perfekt. Oder auch nicht. Aber hey, die wären jetzt erstmal weg. Die können mir jetzt keinen Stress mehr machen. Oh, die liegen überall Gems, ne? Überall. Richtig fies. Da geht's auch hoch. Da ist aber nur ein Zauberer. Na, nicht wirklich. Da ist auch eine Spinne. Die Höhle zu clearn. Das wird einiges an Arbeit. Vor allen Dingen, weil die Kurve auch so schnittig ist, die man hier nehmen muss, wenn man die Superladung hat. Um überhaupt erstmal in die Höhle reinzukommen. Na gut. Komme ich da überhaupt hoch? Nein, komme ich nicht. Das war, glaube ich, jetzt blöd. Komme ich zurück? Ja, dürfte ich kommen. Ich will nämlich die Spinne am Eingang töten. Da sollten wir hinkommen mit der Superladung. Weil da, wo ich gerade war, da kommen wir auf jeden Fall nicht hin mit der Superladung. Nee, das war der falsche Weg. Na toll. Ja, tut mir leid, Leute. Ja, tut mir leid. Ich kann da nichts machen. Das gehört sich so. Ich meine, ich könnte schneiden, aber... Jetzt hier jedes Mal einen Schnitt setzen, wenn ich irgendeinen scheiß Sprung nicht schaffe, ist auch nicht das wahre. Das ist normal bei Let's Plays, dass man halt auch mal failed. Ich meine, dafür sind wir hier. Mit Ultra-Fällen zu sehen. So, hier habe ich hoffentlich keinen Jam mehr übersehen. Das ist die Frage, soll ich da durch? Bei den Spinnen. In der Superladung funktioniert es ja nicht. Da können wir noch rüber. Da haben wir noch eine ganze Menge Edelsteine. Das Level verwirrt mich. Es gibt richtig viele Wege. Und ich glaube, ich bin sogar auf dem richtigen Weg gerade. Richtung Ziel. Aber ich will eigentlich gar nicht hier sein. Dann haben wir da noch einen Weg. Dann haben wir ein paar Feuerwerksraketen. Was auch immer. Was auch immer hier ist. Warum ist hier einfach nichts? Da ist ein Kollege mit einem Ei. Da ist ein Eingang mit... Gems. Ich meine, ich komme rüber, ja. Aber komme ich auch wieder zurück? Das ist die andere Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Können wir da rüber gehen. Das funktioniert noch. Der Typ mit dem Ei, der hat auf jeden Fall einen Weg, den er lang rennt. Einen richtig komplizierten Weg. Ach du Kacke. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Mein Freund. Wie soll ich dich da je einholen, wenn ich den Weg ja hier schon gar nicht mehr check? Das ist ein witziger Kauz. Ich meine, hier pralle ich immer gegen die Wand. Das kann ich komplett vergessen. Warum ist hier eine Abzweigung in die Richtung? Wegen einer Wand. Okay. Warum auch nicht, ne? Wände. Toll. Ich mag Wände. Vielleicht, wenn ich hier runterspringe und direkt Feuer mache. Das könnte funktionieren. Um ihn mir zu schnappen. Wir sind jetzt auch recht gut. Können wir mithalten. Erstaunlich. Bringt mir nur nix. Aber egal. Der Trick von gerade eben, den ich beschrieben habe, hat funktioniert. Sehr schön. Gut, ja. Dann haben wir das auch. Ich meine, zurück gibt es nicht. Wir müssen einen anderen Weg hier rausfinden. Frage ist, wo? Ich meine, mich in den Tod zu stürzen, wird nicht die richtige Lösung sein. Und ein Sprung von hier rüber? Ihr seht's. Ja, gut. Dann habe ich mich halt in den Tod gestürzt. Und dann retten mich sogar ein paar Feen. Das ist nett von euch. Wo wart ihr die anderen 50 Male, als ich wo runtergefallen bin? Ich habe gerade auch gesehen. Ich habe es in der Höhle. Kann das sein, dass ich da rüber soll? Das kann sogar sein. Das Spiel von mir will, dass ich jetzt hier mit einer mega Turbo-Ding... Genau. Einfach hier rüber. Jetzt die nächste Frage. Hätte ich das jetzt behalten sollen? Hätte ich jetzt nicht in den Gleitflug wechseln sollen? Wir haben schon wieder 300 Gems. Hier wird's nach Hause gehen. Es werden immer mehr. Kombiniere deine Super-Ladung mit dem Springen und Gleiten, um die luftigen Höhlen zu erkunden. Richtig viele Edelsteine. Da sind die Feen. Warten nur drauf, dass ich runterfall. Den Gefallen tue ich euch mal nicht. Okay, also wir wissen, wo die Stage vorbei ist. Das ist doch auch schon mal etwas. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch den Gang hier. Würde ich jetzt behaupten. Ich weiß nicht, wo ich hier eine Super-Ladung herbekommen soll. Irgendwo muss es hier noch eine Super-Ladung geben, damit ich auch hier die Spinnen-Biester töten kann. Das bist du? Hi. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt Super-Flamme. Kann das sein? Kommt das auch vor? Ah, und damit kann ich dann auch die Spinnen-Biester töten. Okay, gut, dass wir das ausprobiert haben. Ja, das ist ein Kuss von einer Fee. Okay, das mir anscheinend Super-Feuer gibt. Ich bin selbst überrascht. Okay. Brauche ich das für irgendwas noch? Wir sind jetzt auf jeden Fall hier. Wo ich zu den Zauberern rüber kann. Ja, wo ich zu den Zauberern rüber hätte können. Sagen wir es so. Kann ich denn auch von hier aus rüber? Ist die andere Frage. Ich würde eigentlich schon jetzt gerne nicht nochmal den kompletten Weg gehen. Ja, funktioniert auch. Dankeschön. So, Schluss mit dem Schabanak hier. Und da ist natürlich nichts, was mich rettet. Natürlich. Wo werde ich denn rausgelassen? Ich meine, ich bin stolz, wie es lief. Bis hierhin. Das Level. Jetzt schenke ich wieder ein paar Leben. Ja, aber ich meine, das haben wir auch im letzten Part getan. Am Ende. Kann anscheinend nur 25 Minuten spielen. Danach geht es wieder los mit den Fails. Ist okay. Wieso habe ich den Sprung auch nicht geschafft? Darüber. Ich meine, so schwer ist der Sprung darüber nicht. Ja. Das ist halt ein mega einfacher Sprung. Ich bin halt nur einfach blöd gewesen. Das ist zweimal. So, aber wir haben trotzdem noch nicht alle Gems. 450 wäre auch eine schöne Zahl gewesen, um das Level mal zu beenden. Aber nein. Das macht das Spiel dann auch nicht. Gut, ja. Dann brauchen wir noch irgendwo 50 Gems. Spark sagt irgendwo in die Richtung. Dann werde ich nochmal durch die Höhle brettern. Mal gucken, ob mir das irgendwas bringt. Hui. Man kann den Turbo behalten. Aber das bringt mir nicht viel. Es sei denn, es gibt noch eine andere Höhle. Wir haben da drüben nämlich noch einen Höhleneingang gesehen. Ja. Bin doch nicht blind. Oder blöd. Oder beides. Na toll. Das war... Das war eine Mauerausbeute dafür, dass ich jetzt hier so einen riskanten Sprung gesetzt habe. Da ist auch noch was. Toll. Wie komme ich denn da rüber? Kann ich da einfach so rüberbrettern? Mann. Hui. Das funktioniert tatsächlich. Krass. Krass, was man da für einen Schub hat. Wow. Bin erstaunt. Da ist wieder ein Kollege mit einem Ei. Zwei Eier. Hier hole ich mir den. Gute Frage. So, hole ich mir den. Sehr schön. Ein weiteres Ei. Dann dürften wir zehn haben. Ganz schön flott in der Welt mit den Eiern. Und da ist mein Rest an Gems hoffentlich. Wieder 500 Stück. Na, da will ich mich doch nicht beschweren. Kann man schön ausgeben. So, dann bringt mich mal rüber, Feen. Ich wäre bereit für noch eine Runde. Und zwar eine Runde zum Ziel. Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Das war die Spyro Reignited Trilogy für heute. Abonnieren. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und beim nächsten Mal wieder einschalten. Ich war der Ultra. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.